Hallo, hier ist Ronja und wir spielen heute Badwurz und äh... Badwurz! Tops, der kleine Badwurz-Enthusiast äh... Badwurz! ...freut sich natürlich ausgesprochen. Badwurz! Du brauchst einen? Wenn wir YouTuber sind, dann denken Leute... YouTuber töten! YouTuber töten! Oh nein, ich spiele auf der falschen Version, ich habe ein Schwert. Ich bin ein Idiot. Echt? Soll ich denn mal... Okay, ich schreib dir mal. Wenn du jetzt so schreibst, bitte don't focus, dann machen die das erst recht. Es ist umgekehrte Psychologie, Florian. Ich als Psychologie-Studentin stimme das so... Oh, Flo, nein! Flo, wenn wir jetzt verlieren, dann wissen wir wenigstens warum. Ja, alle sind hinter uns her, alle wollen uns tönen. You will only focus you! So, du stehst im Spawn, klaust alle Items... ...und bringst alle Gegner dazu, uns zu fokussen. Du bist der Schlimmste, die man haben kann. Defend the YouTuber, schreibt einer. Wir wollen uns verteidigen. Die Grünen sind unsere Freunde. Ich habe versucht, mit einem Gold-Bahn zu bauen. Ich bin drogelig. Ich kann nicht mehr schreiben, du musst warten. Ja, du musst eine Minute warten. Äh, blau schwitzt rein, habe ich gehört. Oh nein, wir sind doomed. Wir sind so doof, wir haben keine Chance. Das ist egal. Gib mir die Hand, ich baue dir ein Schloss aus Endstone. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Okay. Ich habe schon richtig viel Gold. Ich habe unsere Diamanten erschlossen. Was machst du eigentlich gerade? Ich farm Sachen, damit ich mir was kaufen kann. Was willst du denn schönes kaufen? Dann stirbst du und machst wieder Parcours. Du machst wieder Parcours. Bad Wars. Warte, hier ist ein dummer Roter. Der denkt, der kann auch machen, wenn er will. Ich habe schon richtig viel Gold. Der Florian steht einfach nur am Spawn. Ja, und schreibt im Chat. Ja, ich muss ja Sachen schreiben. Nein, so musst du nicht. Äh, Ronja, 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 Ronja. Falsch, 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 falsch. Weißt du, wie du dich hochst? Du musst dich erst stufenweise hochbauen, weil dann können die Leute nicht direkt rüberkommen. Okay, warte, ich baue mich jetzt höher, ja? Ist das richtig? Ja, so, so, immer so höher. Aber mach es nicht zu, weil dann kriegst du zu viel Trial Damage. Weißt du das meine? Weil das ist nämlich taktisch unklug, weil dann können die Leute direkt rüberlaufen und dich töten. Ah! Okay, ich will natürlich nicht getötet werden, Tops. Gut, dass du den Punkt anbringst. Kannst du mir nochmal, äh, kannst du mir vier, äh, Gold geben, bitte? Vier Gold. Nö. Bitte. Flo, bitte. Flo. Vier Gold. Du kannst vier Gold empfehlen, ja. Everyone wants to have a Roblox Clan. Florian! Ich versuche gerade mit den Gegnern, äh, Team zu machen, okay? Okay. So, wir haben sechs Diamanten. Ich kaufe jetzt jetzt Teamverbesserung. Und zwar verstärkte Rüstung. Zack. Nice. Aber jetzt müssen wir gucken, weil gleich kommen Leute und wollen uns abbauen. Was, was hoffe ich mir jetzt? Ich habe jetzt richtig viel. Ich habe jetzt 64 Gold. Ja, weil du gekämpft hast. Ähm. Ey, egal. Nö, warte. Achso. Doch, Tops. Doch, Tops. Mach erst eine Facecam an, damit man wenigstens sehen kann, wie du zusammen zuckst. Ja. Das ist schön. Oh nein, was ist los? Ich brauche mehr Gold. Zum Zweiseln in der Kiste. Zum Zweiseln in der Kiste. Jetzt mal meine Wiederholung einblenden. Ey, egal. Nö, warte. Oh, was ist los? Danke. Danke. Weißt du? Ich schreib mal im Editor, dass er eine Wiederholung einblenden soll. Freut er sich? Gib mir die Hand. Ich baue dir ein Schloss aus Wolle. Au. Ich habe zwei Emeraldos. Ich habe schon vier Stacks Eisen. Pass auf, pass auf. Blauer, blauer, blauer. Los. Du musst einfach kicken. Oh mein Gott, der blauer. Hilf mir. Hilf mir, Tops. Bitte, hilf mir. Bitte, Tops. Ich renne. Was für ein Boon. Nice. Ich habe ihn zerstört. Ich habe ihn genommen und mit ihm den Boon aufgewürzt. Ich finde es wirklich, das hast du schön gemacht. Ich habe ihn gebaitet. Aber der Typ ist auch geflogen. Der ist geflogen. Okay, du hast Emeraldos. Die schwitzen alle rein. Eigentlich wäre jetzt schon das erste Bett abgebaut. Warte, hier ist ein roter. Achtung, hier ist ein roter. Rot passt nicht rüber. Rot passt nicht rüber. Rot passt nicht rüber. Oh, zu uns und jemanden, das ist ja frech. Ja. Hi, ist gar keiner. Ja, noch nicht. Tops, Tops. Ich brauche Blöcke. Tops, ich brauche Blöcke. Tops, bitte. Ich habe keine Blöcke, aber... Okay, warte. Ich gehe über Rot. Ich bin alle wieder runter. Ja. Oh, warte, was? Hat er rot nicht geschafft? Der ist runtergefallen. Äh, Ronja, musst du unbedingt gucken, dass du die Brücke verteidigst. Schlaues Bett wurde stark gebraten. Nein! Oh, die roten, die roten. Ich bin gestorben. Okay, ich konnte nichts tun. Okay, nicht schlimm. Die roten, kommen die? Sind die da? Nee. Sind nicht da, oder? Flo, hör auf zu looten die ganze Zeit. Du verpisst mich aus dem Spahn. Du bist richtig nervig. Flo, du musst dich auch mal eine feste Rüstung holen. Da vorne hat unser Bett ab. Du, oh, was? What? Ja, tut doch was. Guck, 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 und das kommt davon, wenn ihr nur auf mich geht. Ja. Wir wollen, Alter, ich spawn die ganze Zeit zurück. Weißt du, leg, 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 leg. Man kann dir nicht schlagen. Du legst auch? Ja, das ist gut. Ja, ich bin die ganze Zeit zurückgeportiert. Okay, okay, Leute. Okay, Flo, nächstes Mal bitte... Spawn stehen die ganze Zeit und alle Items eincashen. Ja, aber ich brauche Rüstung. Ja, aber wir brauchen auch Items. Du brauchst mit 12, du brauchst mit 12. Ihr habt eh Emeralds und... Ja, aber wir brauchen auch Eisen und Gold. Ja, das ist egal. Ja, nehmt euch Eisen und Gold. Hier liegt doch was. Geht nicht, du nimmst alles weg. Wir frustrieren du nicht, Legge. Rot, kommt, rot, kommt, rot, kommt. Guck, und deswegen habe ich mir einen Bogen gekauft. Das ist gut. Ich hätte gerne Gold, aber ich habe keins. So, ihr geht die Leute weg. Das ist richtig. Ja, guck. Gut, dass ich mir einen Bogen gekauft habe. Und das ist einzigreicher Upgrade. Äh, Ressourcen, Ressourcen, Upgraden. Okay, gut. Ich habe jetzt die Ressourcen mal geupgradet. Wir müssen jetzt gucken. Wir müssen defensiv... Rot, kommt, rot. Fluff, fluff, fluff. Ich lege, ich kann nichts machen. Oh, hilf mir! Warte mal, ich helfe dir. Hey, wie soll ich helfen? Mit Rastklappen. Ah, ja, der ist runtergefallen. Äh, ihr könnt euch auch Feuerbälle holen. Feuerbälle sind hart, damit könnt ihr die Leute so nerven. Okay, wie gehören wir ins Feuerbälle? Das hast du nicht? Ja, nö, das ist Hard Waste von Gold. Hey, das ist kein... Das ist... Richtig hart. Äh, warte ich hier. Feuerball. 40 Eisen. 40 Eisen! Ja, aber es geht eigentlich. Ja, aber weißt du, warum es geht? Für dich? Weißt du, warum? Ja. Nur weil du das ganze Eisen gebunkert hast. Habe ich nicht. Hier ist 40 Eisen in der Kiste. So, ich hab jetzt zwei Fahrerbälle. So, zack. Das ist Schwert. Äh... Aber unser Bett ist jetzt dead. Ist das korrekt? Ja, unser Bett ist tot. Wir müssen jetzt einfach nur gucken, dass wir überleben. Warte, hier, der Rote. Der Rote muckt. Wenn da jemand ein Feuer... Wenn da rüberkommt, dann kannst du ein Feuerball abwerfen. Okay, wie weit fliegen die ungefähr? Fliegen geradeaus. Einfach geradeaus. Wie weit? Mach, mach. Wir fliegen zu weit. Was soll ich mir kaufen? Ach, Rüstung wollte ich kaufen, gell? Er ist gefallen. Das ist, das ist das Schöne. Du kennst die Leute so hart Ärger. Flo. Ich hol mir Emeralds, warte. Was? Warum gehst du? Du wirst sterben. Wenn du rüber gehst, wirst du sterben. Vertrau mir. Die stehen da und campen. Ja, und? Dann camp ich halt auch. Warte, topst du da noch Dias? Äh, ja, nee. Also, ich hab eben welche geholt. Okay. Warte, lass mal hier die Roten ab. Äh. Oh. Nice. Also, wir müssen einfach nur gucken, dass... Aber guck mal, die Roten und die Blauen, die wollen sich ja schon gegenseitig rauskicken. Rot ist rot. Boah, ich hab einen Ton aus, deswegen höre ich nichts. Oh Gott, oh Gott. Das war knapp. Was war denn? Ich krieg gar nichts. Äh, ja, wir müssen, wir müssen, wir müssen jetzt wieder zurück. Okay, wir gehen zurück. Uff. Okay, pass auf. Hast du noch Dias gefahren? Ich hab nur einen Dias leider. Finala Kill. Reicht. Finala Kill? Oh, nice. Ey, es hat keinem ein Bett außer Grün. Ist echt so? Warum gewissert's jetzt hier? Äh, weil das ein Finisher ist. Rotes Down. Rotes Down. Yes, sick. Blo, hast du dir eigentlich jetzt eine bessere Rüstung geholt? Ich hab kein Gold für eine bessere Rüstung. Achso, du brauchst genug Gold. Du brauchst zwölf Gold? Ja, aber ich hab nur elf. Die Eisenrüstung, die hast du. Du hast ja Eisenrüstung. Hier, warte mal. Ja, aber ich will dir. Ja, da brauchst du, da brauchst du sechs, äh, Emeraldos. Ja, sechs Gold. Deswegen bin ich gerade in der Mitte. Hast du die Emeralds mitgenommen? Ja, ich brauch dir ja für die Rüstung. Warte, was? Warum, Flo? Du nimmst doch nicht alles mit, damit du... So. Hallo? Es laggt irgendwie, oder? Ey, ein Block kämpft gar gegen mich. Stört nicht. Und? Kriegst du's hin? Oh, ich bin nicht tot. Ich helf dir. Wie kann der mich denn so hinten von so weit? Wie kann der... Was? Hält er mich von 20 Block entfernen? Ja, weil es leckt. Der Server leckt, glaube ich. Hey, wie geht das? Das ist ein Hacker. Weil der Server... Leckt. Ich war nicht mal in dem Sinne näher. Ja, what the hell? Ja, das meine ich. Das machen die alle. Oh, warte, war das? Der Server leckt, der Server leckt richtig. Ich hab einen gekillt, glaube ich. Äh, Ronja? Los, los, Ronja. Ich glaube, ich bin gleich tot. Ich glaube, ich bin gleich tot. Hey, wie machen die das alle? Hä? Ja, gut. Die hacken rein, oder? Irgendwie... Irgendwie... Ich weiß es nicht. Irgendwie hat es jetzt nicht so funktioniert. Aber ich glaube, es ist fein. Ich meine... Der... Der... Der Gedanken... Junge, Tupf, man steht nix. Vielleicht war nur... Äh, ich glaube, es war lange. Okay. Äh, gut. Dann hast du mit dieser Folge Backross. Man kann nicht immer gewinnen. Tschüss. Tupf, bitte hör aufzureden. Ich bin ein Roboter. Das gefällt bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss. Sä. Hallo. Tupf. Untertitelung des ZDF, 2020